Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch einiges gut. Ihr seid alle gut in diesen Sonntagmorgen reingestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 21.000, knapp 600 US-Dollar. Wir hatten gestern kranke Volatilität für einen Samstag mit wirklich kranken, kranken Kaufvolumen hier. Volatilität hat ordentlich zugenommen. Shorts wurden alle im Profit ausgestoppt, also minimal im Profit. Wir haben ja vorher schon Profite genommen, haben ja schon die letzten Tage drüber gesprochen, wo wir Profite nehmen sollten. Die Trades sind auf jeden Fall zu. Jetzt läuft eigentlich nur noch meine beiden Swing-Trades momentan gut im Profit. Aber gut, die laufen ja schon seit Wochen, das wisst ihr ja. Ansonsten schauen wir uns jetzt auf jeden Fall an, besteht jetzt die Möglichkeit, um in einen Short möglicherweise reinzugehen. Wenn ja, wo sind die Ziele? Wir haben auch noch einen CME-Gap, was ein bisschen weiter unter uns liegt. Besprechen wir alles im heutigen Video. Bevor wir aber starten, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und wenn ihr Bock habt, drückt auf die Glocke. Dann werdet ihr auf jeden Fall, sollte normalerweise immer Benachrichtigungen kommen. So, wie gesagt, 21.600 US-Dollar. Wir haben jetzt die letzte Stundenkendel gerade über unserem letzten Hoch oder beziehungsweise knapp an unserem letzten Hoch geschlossen. Haben jetzt aber auch hiermit zumindest eine kleine Bearish Divergence, zumindest vorerst. Also im RSI höheres Hoch, ein tieferes Tief dann noch dazu, also Bearish Divergence. Was jetzt interessant wird, ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns auf jeden Fall noch hier den Bereich um 21.800 US-Dollar holen. 0,786er, hier werden wahrscheinlich auch noch einige Stop-Losses liegen. Im 1-Stunden-Chart sieht es trotzdem an sich nicht wirklich gut aus. Wir hatten diese eine Volumen-Candle, die uns den Pump beschert hat. Danach war das Volumen sofort wieder abfallen. Wir hatten jetzt wieder ein bisschen höheres Volumen. Aber trotzdem, das wäre jetzt für mich schon der erste Short-Indikator, wo ich sagen würde, okay, hier kann man einen Short probieren mit einem Stop-Loss über 22.300 US-Dollar. Hier war der letzte Wig mit sehr, sehr wenig Volumen. Also den werden sie sich wahrscheinlich nicht holen wollen. Dann eher hier diesen Bereich um die 22.000 US-Dollar. Fürs Wochenende finde ich, sind solche Moves überhaupt nicht hilfreich. Wir haben ein CME gerade bei ungefähr 21.100 US-Dollar. Also hier auch wieder um das Golden Pocket. Werden wir uns sehr wahrscheinlich noch holen. Plus, wir haben noch eine kleine Support-Zone hier in diesem Bereich bei ungefähr 20.800 US-Dollar. Also hier kann man dann schon wieder eher überlegen, ob man hier eine größere Short-Position aufmacht zwischen 20.600 und 20.800, äh eine Long-Position aufmacht zwischen 20.800 und 20.500 US-Dollar. 200er SMA, 200er EMA auf dem 1-Stunden-Chart plus 2 1-Stunden-Demand-Zone. Plus wir hätten diesen kompletten Pump halt wieder aufgefüllt. Also es wäre schon hilfreich, wenn wir heute im Laufe des Tages maximal bis 22k runtergehen. Vielleicht in der Nacht dann nochmal so einen kleinen Dampf kriegen in Richtung 20.600 US-Dollar und dann erst in der neuen Woche versuchen hier die 23.000 erneut anzulaufen. Ansonsten hat sich an der Grundstruktur wenig geändert. Wir sind weiterhin in dieser übergeordneten Seitwärtsphase. Wir bilden höhere Tiefs, das ist schon mal ein gutes Zeichen, aber keine höheren Hochs. Dafür müssen wir wirklich erstmal die 23.000 US-Dollar durchbrechen. Brechen wir die 23.000 US-Dollar, dann kommen ja wieder unsere 27.000 US-Dollar in Fahrt und die sind dann gar nicht mehr unwahrscheinlich. Aber wie gesagt, wir müssen erst die 23.000 US-Dollar durchbrechen. Ich glaube nicht, dass wir die jetzt innerhalb der nächsten Stunden auf jeden Fall hier antesten. Maximal sehe ich die 22.000 US-Dollar mit einer kleinen Rejection nach unten in diesem Bereich und dann müssen wir gucken in der neuen Woche, dass wir hier wirklich einen Trend reinkriegen, aber einen stabilen Trend mit ordentlich, ordentlich Volumen, weil so Trends sind halt nicht nachhaltig. Klar, wir hatten diese eine Volumen-Candle, die auf dem 4-Stunden-Chart schon gar nicht mehr so voluminös aussieht im Endeffekt und danach ist das Volumen sofort wieder eingebrochen. Deswegen wäre das eigentlich die bullischste Variante, die wir sehen würden. Ansonsten bricht dieser Trend unter 20.400 US-Dollar, dann bricht dieser kleine Aufwärtstrend, den wir haben, zwar mit sinkendem Volumen, aber der Trend ist dann gebrochen und dann sieht es wieder mehr aus nach diesen 18.5, die wir da unten auch immer noch liegen haben. Also die 18.5 sind weiterhin im Play, die schließe ich auch nicht aus, die möchte ich auch nicht hier rausmalen. Die bleiben weiterhin drin und befinden sich auch weiterhin in meiner Prognose, in meiner TA im Endeffekt weiterhin im Play. Okay, die schließe ich nicht aus, die sind weiterhin drin, solange wir nicht die, ich sage jetzt mal 23.000 US-Dollar durchbrechen. Dann sieht das Ganze erst einmal wieder anders aus, dann können wir auf jeden Fall Richtung 27k gehen. Ob wir dann da oben auch wirklich verweilen, wage ich ehrlich gesagt auch zu bezweifeln und da auch dann, wenn wir die 27k erreichen, bleibe ich bei meinen 18.5, die immer noch möglich sind. Wir sind in einem Bärenmarkt, das ist vielleicht dann eine kleine Relief-Rally, müssen wir uns darauf einstellen. Aber gut, soweit sind wir noch nicht. Kurzfristig, kurzfristig sind jetzt auf jeden Fall die 22k drinnen auf jeden Fall mit einer kleinen Korrekturpotenzial bis 20.500 US-Dollar. Dann vielleicht zum neuen Wochenauftakt, sage ich mal, eine neue Chance in diesen Bereich hier reinzukommen. Von 23k brechen wir diesen Bereich, dann haben wir die 27k als Möglichkeit. Schaffen wir es nicht, hier zumindest einen Bounce zu sehen bei 20.600 US-Dollar, dann wird es wahrscheinlich Richtung 18.500 US-Dollar gehen. Also die Short-Möglichkeiten kurzfristig sind jetzt auf jeden Fall da. Übergeordnet müssen wir schauen, ob die Linie hier hält. Ansonsten wird es wahrscheinlich nochmal deutlich, deutlich tiefer gehen in Richtung 18.500 US-Dollar. Aber wir haben ja auch noch einen intakten Trend hier. Da könnten wir dann auch zur Not nochmal einen Bounce sehen, sollte hier bei 20.000 US-Dollar wieder diese psychologisch wichtige 20.000 US-Dollar Marke, sollte hier eine Reaktion reinkommen. Aber gut, müssen wir schauen, die 18.500 US-Dollar schreibe ich auf jeden Fall nicht ab. Momentan 22k und dann erst einmal ein Rücksetzer wäre vom RSI, vom ganzen Volumen, Cluster etc. pp. Wäre es einfach die bullischste Variante. So, dann Ethereum. Ethereum hat gestern meines Erachtens komplett den Vogel abgeschossen. Innerhalb kürzester Zeit hier ein 15% Pump. Also ihr seht hier, mit dieser 1-Stunden-Candle hatten wir dann mal einen extrem, extrem Pump oder so über den Tag. Einfach mal 20% oder knapp 19%, wo wir nach oben geballert sind. Aber was halt hier, was wir jetzt gerade bei Bitcoin angesprochen haben, was für die 22k bei Bitcoin auch spricht, spricht auch bei Ethereum dafür, dass wir hier nochmal in den Bereich der 1.425 US-Dollar gehen und dann die Reaktion nach unten hin sehen. Das hat den Grund, ihr seht hier dieses krasse, krasse Kaufvolumen. Guckt euch mal das an, das war hier bei dem WIC, wo wir hatten, ich glaube das waren die Fat News oder so, war sogar die Fat News weniger Volumen als das, was wir gestern hatten. Also es ist wirklich krass, deswegen hoffe ich, dass wir uns diesen WIC noch holen und dann werde ich auf jeden Fall eine Short-Position eröffnen. Also vom Aresi sind wir sowieso übergekauft, aber diesen WIC wäre jetzt auf jeden Fall noch wünschenswert, dass wir uns den holen. Es wären zwar jetzt nochmal 4-5%, aber es würde genauso wie bei Bitcoin im Endeffekt auch passen, dass wir uns die 22k ungefähr holen. Genauso bei Ethereum, die 1.426 hier in eine Short-Position reinknallen, kurz davor vielleicht so bei 1.420 oder 15, ein bisschen eher immer. Und dann uns eine Short-Position reinknallen, die uns dann wieder hier auf den normalen Bereich von 1.200 US-Dollar bringt. Das da unten bleibt weiterhin bestehen, ich gehe weiterhin davon aus, dass die 1.000 US-Dollar weiterhin möglich sind. Deswegen bleibt dieser Weg auf jeden Fall bestehen momentan für mich. Wir können mal noch schauen, ob hier oben noch ein paar Resistance sind, die haben wir alle rausgenommen, die haben wir rausgenommen. Gehen wir mal in die höheren Timeframes, 4 Stunden, ob wir hier noch irgendwelche Cluster sehen. Da sehen wir momentan nichts. 3 Stunden, da fängt es dann erst an, wo wir hier eine 3-Stunden-Supply-Zone haben. In diesem Bereich bei 1.500 US-Dollar, die glaube ich ganz ehrlich, werden wir uns nicht holen. Schauen wir uns nochmal die Pivots an, ob wir noch ein Weekly hier in der Nähe haben, ob hier noch irgendwas an Widerstand reinkommen könnte. Und da seht ihr auch, mit dem R2 passt das mit dem Weekly ganz gut, dass wir hier nochmal wirklich uns dieses High holen und dann wirklich die Trendwende kurzfristig nach unten hin machen. Und da unten sehen wir dann auch, okay, wir haben hier eine 3-Stunden-Demand-Zone. Es würde auch ganz gut passen, einfach diesen Pump wieder komplett aufzufüllen. Also auch hier kurzfristig die Short-Möglichkeit ist auf jeden Fall da bei Ethereum, bei, ich sage jetzt mal, 1.415 US-Dollar, wo ich dann auf jeden Fall die Short-Position eröffnen würde. So, dann schauen wir uns noch an, Ripple, auch hier, ja, hat leider nicht funktioniert. Wir haben uns zwar das hochgeholt, aber ganz ehrlich, ich habe es gestern eh nicht mal auf dem Schirm gehabt. Auch relativ großer Pump, den haben wir uns jetzt aber mittlerweile geholt. Jetzt geht der Pump mit weniger Volumen weiter, schon mal gutes Zeichen, beziehungsweise Schwäche im Markt. Hier haben wir im Endeffekt auch diese riesen Candle gehabt, wie bei Ethereum. Bearish Divergence ist jetzt auf einen 1-Stunden-Chart, also ihr seht, die Short-Möglichkeiten könnten sich jetzt langsam, aber sicher hier steigern. Ich warte hier aber ehrlich gesagt noch ein bisschen ab, also bei Bitcoin und bei Ethereum warte ich jeweils noch ab und so lange werde ich auch keine anderen Altcoins erstmal mehr shorten. Wir können uns mal noch Algo dazu anschauen, da habe ich gestern einen Short reingemacht, der ist mittlerweile Stop-Loss-Entry ausgestoppt. Da haben wir uns auch die Volumen-Candle erst einmal geholt, wurde jetzt dann, wie gesagt, heute Nacht wieder ausgestoppt, aber war auch schon im Profit angekommen hier in dieser Zone. Hier warte ich dann jetzt auch erstmal ab. Also wir haben noch hier oben relativ viel Volumen bei 0,3,4,6,0. Kann ich mir noch sehr gut vorstellen, dass wir uns diese Candle auf jeden Fall nochmal abholen und würde auch ganz gut hier mit diesem Bereich hier oben zusammenpassen im Endeffekt. Also nochmal ein höheres Hoch, ich sage jetzt mal auch möglicher Short nochmal 3,4,5,0, sage ich mal, wäre so eine Möglichkeit, um nochmal ein Short zu probieren mit einem engen Stop-Loss, ich sage jetzt mal bei 0,35,16. Also viel Risiko dürfte da nicht dabei sein, sage ich mal, wenn wir jetzt da reingehen, dann hätten wir ein Risiko von, was haben wir denn, 2% ist absolut in Ordnung, um eine Short-Position zu eröffnen. Meines Erachtens nach, alles natürlich, no financial advice by the way, aber überlegt euch einfach mal, beziehungsweise schaut euch das erstmal an. So, dann Matic ballert natürlich auch ohne Ende weiter, sage ich mal, wir nehmen hier alle Resistance raus. Hier bin ich ganz ehrlich ein bisschen vorsichtig mit Shorts, weil wir hier unser nächstes Cluster, müssen wir mal ganz kurz gucken, gehen wir mal in den 4-Stunden-Chart, wo das Volumen liegt und das liegt erst ziemlich weit hier oben. Also wir könnten jetzt theoretisch, sage ich mal, hier in diesem Bereich komplett durchballern und hier in Short jetzt einzugehen in dieser Marke würden halt ungefähr 16-18% Risk bedeuten. Würde ich ganz ehrlich nicht machen. Wir haben hier einfach komplett Luft in diesem Bereich. Hier jetzt blind reinzuschorten, macht keinen Sinn. Dann würde ich eher sagen, okay, man shortet hier in diesem Bereich bei ungefähr, ich sage mal, 0,92 Dollar sogar, ein bisschen höher. Und dann einfach diese komplette Range hier, aber das sind halt auch 7%. Also passt hier wirklich auf, nicht blind reinschorten, auch nicht blind jetzt reinlongen oder sowas. Wir sind hier gerade in der Zone, wo einfach No Trade Area ist, wollte ich euch einfach nur nochmal als Tipp mitgeben. Deswegen Finger weg davon. So, schauen wir uns auch die News an. IOTA Update Schimmer Anteil plus 20% und neues Test Mobile Wallet bei Firefly. Ja. IOTA, wie gesagt, das Projekt ist nicht tot. Es wird weiter daran gearbeitet. Die Community stimmt weiter ab über gewisse Sachen. Wenn ihr IOTA-Fans seid, schaut euch den Artikel gerne an. Ich werde ihn euch später noch in die Telegram-Gruppe posten. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen, schönen Sonntag. Genießt den Sonntag. Morgen Nachmittag gibt es ein neues Update-Video. Früh schaffe ich leider nicht. Ansonsten bis dahin, passt auf euch auf. Überstürzt nicht irgendwelche Trades. Es ist Wochenende. Genießt das Wochenende. Bis dahin. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Stay Crypto. .